Es gibt einen Ort, an dem man Dinge wahrnimmt, die zufrieden machen. Einen Ort, an dem Gäste zu neuer mentaler Stärke finden. Stärke, die gesund macht. Service und Exklusivität. In einem modernen, großzügigen Umfeld. Ein Haus voll Licht und Ruhe. Um Zeit für sich selbst zu finden. Tradition trifft Moderne. Bei Gastgebern, die sich auf exzellenten Service verstehen. Ein Raum, in dem Körper und Geist zur Ruhe kommen. Wissenschaft und Praxis. Vereint in individuellen und passgenauen Therapieangeboten. Achtsamkeit für ein neues Lebensgefühl im Alltag. Nachhaltige Genesung. Durch Betreuung in den besten Händen. Austausch, um Orientierungen zu entwickeln. Ein exklusives Ambiente, das einer erfolgreichen Therapie nachhaltig zugute kommt. Wer sich für die Blumenburg entscheidet, entscheidet sich für das Wesentliche. Seine Gesundheit. Und das nennen wir ein Zeichen von Stärke. Stärke. spot Vielen Dank.